hello 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 welcome back da sind wir schon wieder bei generation zero haben wir den ollen konvoi gefunden und jetzt wollte ich hier hinten zu dem haus nochmal muss ich mal gucken ist das richtig ja genau da renne ich wenn ich so quer fällt ein ich kann auch die straßen lang laufen hier ne stimmt die geht da gar nicht hin also muss ich gleich so ein bisschen abbiegen und dann schaue ich mal was da ist und dann hoffe ich mal dass wir hier wir haben ja schon so ein paar in dem blog so ein paar sachen erledigt aber hier das kann ich irgendwie nicht lösen im bunker alle maschinen eliminieren funktioniert die hilfe rufe nicht das funkgerät nicht also ist echt echt mistig ich komme da echt nicht weiter im moment hier entlang wir können auch hier ich gehe erst mal hier zu der 1 rüber und dann gehe ich nach unten was wieder so ein schalzer hier okay nicht schlecht sie war für so gut geworden oder warum mein schaden hat sie natürlich schon gut eigentlich naja also ich gehe mal weiter hier nach hier so eine hütte töte und so eine gute antenne hier aber doch da kommt man hier rein na mach es doch auf was ist denn mit dir okay dafür bin ich jetzt hier hingelaufen weil hier effektiv nichts ist außer der eine typ der hier umgebracht wurde okay da ist noch ein haus das ist dahinter also das inventar könnte auch nicht kleiner sein da hat man eigentlich generell zu wenig platz ich glaube hier liegt ein brief ich dachte erst eine neue mission aber schade hier abgesperrt noch ein bisschen was das war's dann wohl hier da kommt man nicht rein vielleicht mit so einem lockficker hier ich habe die ja hier oben haarnadel infern man die fertigkeit freigeschaltet hat welcher auch immer das ist hier schloss knacken da ist es müsste man vielleicht da nochmal zwei punkte sammeln und dann kann man hier weitermachen so okay das hatte ich auch jetzt kann ich hier nochmal rüber gehen vielleicht da wo sind denn da welche da ähm hat der mich doch gesehen konnte der mich sehen ich glaube das war wohl eher zufall so weit weg ist ungenau die waffe oh da ist ja noch einer sehr gut so weit so 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 hier ist gar kein ort ach doch was sag ich da an Fährenanleger ok so 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 das so das hat nicht geklappt schade jihihi radio Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Zwei pisselige Schuss hat er dabei gehabt, schießen die ganze Zeit und dann, ich habe nur zwei. Hä? Mit diesem Schuppen habe ich irgendwie immer Probleme da rein zu kommen und zu öffnen. Hier wird irgendwie die Beute gar nicht gezählt, kleiner Fehleimspiel. Da muss man hier so viele Fackeln rumliegen. Oh, da geht es nicht rein ins Haus, deswegen wird hier wahrscheinlich die Beute nicht gezählt, wenn man gar nicht rein kann hier oder hier vielleicht. Okay, das hatten wir auch schon, dann gehe ich jetzt hier hin. Obwohl das hier, hier war ich noch nicht, doch, klar war ich hier. Überraschung. Oh. 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 so was haben wir hier wieder so ein bauernhof eine relais antenne ist hier in der nähe da hinten hier geht es wieder nicht rein jetzt steht hier was ich habe auch immer viel drin hier die waffen nehmen alle so viel platz weg und die munition munition ist echt schon eine menge hier drin das brauche ich nicht granaten und 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 Okay. Ich habe auch schon lange keinen Sammelgegenstand mehr gefunden. Hier liegt immer meistens was. So, was haben wir da? Zielfreundrohr. 4 mal 8. Für Gewehre. 1 bis 4, 4 mal 8. Da könnte ich ja jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen besser mit zielen, ne? Ja, okay. Das geht wieder nicht. Das geht wieder nicht. Dann gucken wir uns mal hier die Relaisantenne an. Was da jetzt ist. Da sind bestimmt wieder ein paar Viecher. Ja. Ja, das Fernglas ist auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ja. Das war das Leben. Ja. Mein Lieblingsgewehr hier. Ich bin ein Lieblingsgewehr. Das war's für heute. Was hat er jetzt hier von Ort gesagt? Da war ich doch gerade gewesen, oder? Ja. Aha. Ja, dann gehen wir auch bis hier hinten noch. Wenn wir schon mal da sind. Ach, hier steht ein Funkgerät immer an den Antennen. Um schnell einen Entstieg zu machen. Hier hinten muss ja bestimmt bald wieder so ein Unterschlupf kommen. Das geht wieder nicht. Die gehen alle nicht hier. Auch nicht. Unterschlupf freigeschaltet. Na, guck mal an. Hier in dieser beknackten Hütte. Da liegt die Matratze. Äh. Und man kommt wieder nicht rein. Ah, sehr gut. Was ich da sagen? Wird doch Zeit hier. Ah. Da hat er eine Kaffeemaschine. Ah, wieso komme ich da nicht dran? Hier sind ja meistens zwei drin, hier an der Wand. Oh, da ist ja noch einer, aber immerhin. Ach nein. Das war jetzt unnötig. Hier, gibt es hier auch einen? Einen dieser Schuppen, der wieder nicht zu öffnen ist. Da kann man schon mal auf die andere Insel rüber gucken. Da sehe ich aber auch niemanden. Da sehe ich aber auch niemanden. Auch keine Maschinen. Was piept hier so? Zufall anscheinend. Zufall anscheinend. Das war wieder mau. Also ich bin mal gespannt, ob man noch so eine Fähigkeit kriegt, dass man die Artikel, ach, die Items besser entdecken kann. Weil sonst finde ich hier gar nichts. Okay. Hier kann man nochmal hingehen. Was soll das Funkgerät da heißen an der Stelle? Kegel ist auch nischt. Wow. Nischt. Dann nochmal kurz zu der Antenne da. Huh? Eine zacheinend直接 zwei turnieren. Da gab es direkt Punkte. Nur, dass man da gewesen ist. Wahrscheinlich, weil es hier doch... Ich dachte, es gibt hier keine Gegenstände. Oh, da, ein Sammelgegenstand. Aber wo soll der zweite Gegenstand sein? Hier, er hier. Doch nicht, hä? Ich habe es übersehen. Faszinierend wieder. Ist nichts, aber es sollen zwei sein. Na ja, dann haben wir ja diesen Kartenbereich auch entdeckt. Also, ist ja eigentlich gar nichts mehr über, was ich jetzt noch nicht entdeckt habe. Verstehe nicht, warum hier der Bauernhof nicht mehr angezeigt wird. Manchmal so fehlerhaft irgendwie, habe ich das Gefühl. Dass hier Sachen oder das hier alles gar nicht mehr auftaucht, obwohl ich das schon entdeckt hatte. Und hier unten war ich auch schon über gewesen. Also, und trotzdem sind die ganzen Sachen weg. Oder hier, die Burg hatte ich doch auch entdeckt. Also, sehr komisch, dass die Sachen dann auf einmal verschwinden. Hier, das hatte ich doch auch. Hier habe ich den Bunker. Hier, das Haus hatte ich doch. Oh Mann. Also, was haben wir jetzt hier noch an Missionen? Ähm, immer noch die Weltmissionen. Die Maschinen waren von dir hier. Suchen nach zugelassenen Gegenständen. Zurückgelassenen Gegenständen. Der Brief auf die Burg von Innerholm erwähnt einen Bunker mit dem Codenamen Scarwen, der kürzlich außer Betrieb gegangen ist. Es kann sein, dass Einheimsche, die von dem Bunker wussten, dort Schutz gesucht haben. Er befindet sich in der Nähe von, auf Nora-Sandholm in der Nähe der Kirche. Ja, da war ich ja gewesen. Ähm, sonst muss ich mir den Bunker da nochmal angucken. Ähm. Die Kirche war hier gewesen und das war der Bunker da. Und dann nochmal in den Bunker reingehen und da vielleicht nochmal gucken. Mhm. 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 Ja. 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 Ich würde mal mit dem Kernblas gucken, wieviel Energie die jetzt haben. 80% obwohl wir beim Respawn hier sind. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ich versteh nicht, dass die immer respawnen, dann kriegt man die Gegend ja nie gecleared hier. Ach, da ist der Große wieder. Den muss ich vielleicht mal platt machen. Schwierigkeiten, Mittelstatus. Okay, der hat gar nicht mehr so viel. Das hat er nicht gemacht in die Mitte. Okay, der hat gar nicht mehr so viel. Der hat zumindest wieder so einen Raketenwerfer hier. Ich hab zu viel Inventar. Zu viel Inventar. Rauchgas. Okay. Okay, also was hatten wir jetzt vor? Hab ich schon wieder vergessen? Achso, hier in den Bunker reingehen. Das würde ich aber in der nächsten Folge machen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.